Hast du das Gefühl, jetzt in deinem Mama-Alltag etwas verändern zu müssen, etwas verändern zu wollen? Und hast du in den letzten drei Monaten diese Veränderungen nicht erreicht? Es ist natürlich super gut, wenn man sich neue Impulse hört, wenn man hier und da mal neue Gedanken und Ideen aufschnappt. Aber wirklich tiefe Transformation für deinen Mama-Alltag braucht echtes Commitment und braucht eine enge, tiefe Zusammenarbeit mit einer Expertin. Und dazu möchte ich dich heute gerne einladen. Denn vielleicht ist gerade jetzt genau der richtige Zeitpunkt für dich, um dieses Jahr 2022 noch so richtig für dich zu nutzen. Und mehr Entspannung, mehr Zeit für dich, mehr Freude, Leichtigkeit, Gelassenheit in deinen Mama-Alltag zu bekommen. Es gibt nur noch einen freien Platz für mein 1 zu 1 Coaching in diesem Jahr. Start September, Oktober, dauert drei Monate. Dann gibt es erst wieder freie, neue 1 zu 1 Coaching Plätze im Jahr 2023. Wenn du wirklich etwas verändern möchtest, dann mach jetzt, jetzt den nächsten Schritt. Durch die intensive Zusammenarbeit mit mir sparst du so viel Zeit, Energie und Kraft. Und diesmal wird die Veränderung tatsächlich gelingen. Wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, was du jetzt tun musst, um weitere Informationen zu bekommen und dir diesen letzten freien Platz zu sichern, erfährst du hier.